Ja, das werden alle Dokumenten Yoshiaka Koto Katsunari Sotsuki Yui Yamazaki Tomohiro Ushua Yoshiaki Aki Yasuhito Sama Grün Wie sieht das denn aus? Yunkata U Füttersgrünen Welcher Ficht? Der Roboter von Wiley, äh von Light Sieht aus mit Fisch oder was soll das sonst sein? Ja, ich dachte eigentlich eher, das wär so'n... So'n Rumpf... Fälle Trashbomben hab ich nicht, ne toll Die du hast dann cool, Trashbomben, ja und? Ja, ich brauch... eigentlich brauch man die auch, ja, oder? Ja, ich hab die mit Meta-Bild, ich hab die mit Meta-Bild gemacht Die zweite brauchen wir nicht Ja, 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 ja Fuck, ich bin tot Scheiße, was macht den Schaden noch? Bubble? Metal-Bild? Metal-Bild? Nein, ich hab kein Metal-Bild, ich hab auch kein Dings mehr Ach so Hm Fück geht noch Aber es zieht nicht mehr viel Spur, ich hab auch noch einen Energietank immer noch, das wird knapp Hm Das ist natürlich jetzt doof, ne? Ja Schnell Energietank benutzen, mal gucken Ich hoffe, ich schaff ihn Beten wir alle Ja 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 Sonst wird's fatal Ähm, sehr knapp, sagen wir mal so Ich hab von dir sogar zu knapp Ich hab von dir sogar zu knapp Was? Dein Lieblingsflashdate Dein Lieblingsflashdate Das ist einfach mal ein Haufen Könnt ihr musikieren Oh fuck Das ist doch ein Kack hier Was? Ja Was? Jetzt energietank Oh, scheiße Ist ein Kackboss hier Das ist ein Kackboss hier Ist ein Kackboss hier Leid ist so ein Abgucker. Zwei Energien. Dann hast du ihn besiegt. Hättest du ihn. Dann hast du nicht. Weil ich doch gegangen bin. Das ist natürlich auch ehrlich. Ja, sehr ärgerlich. Oh, oh, ich muss. Was musst du? Ich muss nix. Das finde ich gut. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, er ist tot. Aber knapp, knapp, knapp. Wie knapp? Sehr knapp. Ich habe einen Treffer tot, sozusagen. Okay. Jetzt bin ich am nächsten Level. So ist es einfach. Ich hoffe doch. Habe ich Bubbles? Ja. Dann ist alles in Ordnung. Ja. Aber das mit den Tropfen ist nicht geändert, ne? Nein, es ist nicht geändert. Das ist genauso. Oh, ein Tropfen ist weggemacht, lol? Ne, doch nicht. Alles in Ordnung. Das Tropfen hat er nicht geändert. Außer die Farben. Sicher? Ja. Ja. Ja, was anderes in Ordnung. Ich habe auch keine Zeit wegen dem Hack. Stimmt wegen dem Hack. Genau. Ne, Quatsch. Ne, Quatsch. Ne, Quatsch. Ne, den Hackers. Blau. Egal. Okay, nehmen wir Bubbles. Das muss ja weiß sein. Oder, okay. Das ist schon. Brightman. Ja, komm. Ah. Stirb doch. Ich habe nicht mehr so viele Bubbles. Das ist kacke. Wenn ich mich Game Over lassen gehen würde, wäre es bescheuert, weil ich habe voll viel Leben. Ich hoffe, meine Bubbles reichen. Aber ich auch. Ich auch. Ja. Für keine Verfehlen. Ich konnte welche Verfehlen. Ich konnte welche Verfehlen. Das ist viel. Na, fuck. Wird sehr knapp mit den Bubbles. Telefon. 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 ja aber ich glaube es müsste reichen mit den bubbles ja genau hoffe ich doch bestimmt fehlt genau eine oder so eine verfehlt ich habe eine weggeschossen ich habe welche verfehlen ja ich habe nicht weil er kann man mich geben aber gehen zu lassen ist erika da ich habe geschafft ich habe durch oh mein gott gratulation danke verbeugt die doch sehr leid er sieht echt geil aus was aber den bogen fix ja ich hab dann auch durch nach was beide durch wollen ich brauche die kette zwar nicht vorlesen doch nein das sieht geil aus wie der da geht aber sieht aus wie megaman ja egal gleich kommt mir nicht wenn ich hab mal gespannt wo es vor war kommt megaman ich warte regen hier stimmt megamen ja okay das war's doch mal ja will ich mal sagen er hat den helm liegen lassen das war's hier wohl mit let's play dass wir zuerst sagen oder ja war es auch dieses spiel ich habe vergessen was wenn man das so weit genau ja ein fazit mein fazit und was sage ich es fing dass sie sah sehr leicht aus am anfang aber alter das wurde so hart bei den leistet ist da aber nur wieder leicht das ist richtig aber naja da bin ich auch dafür am anfang wir haben glaube ich einfach die falschen städte erst getestet ja ich glaube schon metal man und vielleicht man die ging ja noch einigermaßen aber nicht mehr und er mann die man schon hat ja 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 und alle von schluss nur als die wiley stage die waren blöd ja die waren richtig hart abgarten fing das mit richtigheit an ja na na jo gibt's noch was zu sagen öhm ich glaube auch nicht ne special thanks to maniacals sag ich mal sicherer ja von mir special thanks to uh... presented by rockman ja 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 das war's hier würde ich mal sagen ja würde ich auch sagen ok dann würde ich mal sagen ciao und ciao und block im nächsten thank you for playing thank you for watching bis dann block second got her her are you sure i want to do it and everything she she her 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 her